... singt oder besser noch zu dritt. Drum frag ich Sie, wollen Sie mit mir singen? Wenn Sie uns eins gestatten gern, Ja, aber was? Unsere Freunde mitzubringen. Natürlich kommen Sie, meine Herren. Nun, was sagen Sie dazu? Na, was schon? Hu! Ha! Hu! Das sind die Tschin, Tschin, Tschin ist klein. Geh, Peter, wo geht der Tanz? Wie geht der Zorn, Peter, wo? Dann sing mit uns. Los, Peter, gib deinem Herzen den Stoß, Peter, warum geht's, du weiß es? Ha! 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 Falsch zuerst, da heißt es. Ho! 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 Schikane, wie man sieht, wie wär's mit eurem Moskau-Lied? Ja! Kalika, 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 Kalika. Zu blöd! Der weiß nicht mal, wie unser Moskau-Lied geht. Moskau! Mach das! Fremd und geheimnisvoll. Türme aus rotem Gold. Kalt wie das Eis. Ich weiß, mich friert schon bis zum Schneis. Hey! 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 Moskau, Moskau, wirf die Gläser an die Wand. Muskeln ist ein schönes Land. Ha! 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 Freisch! Ho! 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 Moskau, Moskau, mein Mann geht ja umgekehrt. Wie ich mache, ist verkehrt. Hi! 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 Das hattet ihr noch nie. Ha! 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 Ha Gengis Khan ist ein Verein, der singt besser, allein ohne sechstes Rad am Wagen. Doch eins möchte ich noch sagen, viel Spaß für Sie bei der neuesten Gengis Khan-Partie. Wir sitzen alle im Selmen Boot, lani, lani, okay. Die Kleopatra hat den großen Cäsar ganz klein gekriegt über Nacht. Und der Gengis Khan, ja, der hat in Wirklichkeit nur drei Kinder gemacht. Und der Schwing, der hat Strauß und der Strauß, der hat Schwing und nach Polins im Waterloo. Auf der Erde leben die Jahre Menschen und eine Blau-Frau bist du. Wir sitzen alle im Selmen Boot, lani, lani, okay. Wir sitzen alle im Selmen Boot, lani, lani, okay. Wir sitzen alle im Selmen Boot, lani, lani, okay. Das waren die Gengis Khan, meine Damen und Herren. Es ist ja eigentlich fast nicht zu glauben, vor drei Jahren hat es diese Gruppe noch nicht gegeben. Und heute, heute haben sie schon sechs Millionen Schallplatten verkauft. Herzlichen Glückwunsch, Gengis Khan. Alles Gute.